Wir wünschen dir eine gute Reise. Drei Tage Bus gefahren, ein Tag Homeoffice. Das sieht aus, aber bei der Abo-Option, die ich abgeschlossen habe, da hast du nicht alles. Das sieht aus, das sieht aus. Das sieht aus, das sieht aus. Das sieht aus, das sieht aus. Nein, 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 nicht schon ge... Eier da, Schröder. Ach nee, nur so bauen die die auf. Das sieht aus, das sieht aus, das sieht aus. Hallo. Hallo. Was haben wir da eben für eine Mauer gestellt? Die waren schon über fünf Meter. Ist der aus dem Stand der Pique bloßer, Pique? Ja! 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 Ja, ja! 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 Alter, gar nichts! Bist du denn? Was haben wir denn an Chanken gehabt, wenn du mal runterrechnest? Nicht viel, ne? Das baut er auch ab. Da ist auch noch einer, als wären die drei mal mehr. Was schwimmt denn der Torwart dahin und her? Nicht noch mal, gleich direkt geschossen und dann wird dringend gewesen. Nein! Jetzt! Oh! Hast du den Torstoß eben gesehen, der rüber ging? Ja, das ist alles. Genau in der Frage. Plötzlich und unerwartet für uns noch immer unfassbar ist unser Kollege, Vater und Vereinspräsident Thorsten Hanke im Alter von nur 60 Jahren am vergangenen Montag verstorben. Wir vermissen dich. Thorsten, du wirst immer in unseren Herzen bleiben.